Ah, hat gerade jemand Miau im CW-Funk gesagt. Das Geniale ist ja, du siehst hier im Stau immer dieselben. Mann, Mann, Mann. Was zur Hölle machst du da, du scheiß P-W? Du frag dich bitte schön auf meiner Seite. Wenn die andere Frage steht, steht hier immer noch im Stau? Das Geniale ist ja, du siehst hier im Stau. Nein, du siehst hier in der Stelle. Na ja. Das macht manchmal schon Spaß hier rum zu kurven. Das gibt's doch nicht. Einer meinte gerade im CB-Funk, das Geniale ist ja hier in dem Sturm, man sieht immer diese Hinten. Sollen wir jetzt hinten drauf, oder was? Hm? Ne, der Exmark. Seh ich nicht. Hier hat nix mehr. Kreuzung ist dicht. Was geht denn jetzt hier auf? Ja, das ist mir jetzt hier doch alles relativ egal, die fahren ja gerade an der Bahn. Ja, wie sie wollen. Ich weiß ja nicht, was das heißt. Ich glaube, ich bin der Einzige, der hier durchkommt, ohne großartig Schaden zu kriegen. Mein Gott. Mein Gott. Hi, Willi. Oh mein Gott, ich bin sehr gut. Ah, das ist ja gut. Ah, das ist ja gut. Ah, ich bin natürlich. Ich kann auch kein Stück zurückfahren, der Typ hier. Auf dem grünen Streif. Das ist ein Thema, das ist ein Thema. Das ist ein Thema. Ich bin ein Thema, das ist ein Thema. Ich bekomme wahrscheinlich gar nix mehr. Ja, ja, ja. Ja, doch, ich komme noch über einen sieben Gang hinaus. Total. Dann bin ich jetzt aber auf dem Haus, dann wünsche ich dir noch viel Spaß. Danke. Ja, ich werde dir jetzt auch aufhören. Erstmal. Dann schaue ich mal auf YouTube rein, mal gucken, ob ich das Video finde. Ja, das dauert nur ein bisschen. Vielleicht möchte ich mich auf die eine Stelle noch muten, wo der eine da... ...eintreten, nach Musik hören zu müssen. Mal schauen. Ja, holen, nach Füßen, ja, nach Füßen. Ja, ja. User disconnected from your channel. Ciao. Kur這樣. Ne oldu? Hallo, mein Freund. We are going to go. Fahre zähne. Schöne zähne. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Auf geht's! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020